Die Eienger Brewery ist eine deutsche Brewery in Eieng, Bayern, etwa 25 Kilometer von München. Eienger wurde 1877 gefreundet. Im Jahr 1876 übernahm der Vater der Eienger Brewery Johann Liebhardt. Das Land und Fortwirtschaftliche antworten zum Pfleger mit Tavern und Metzgerei. Im Jahr 1877 begann Johann Liebhardt mit dem Bau seiner Brewery. Liebhardt hatte keinen mannlichen Erben. Im Jahr 1904 heiratete seine älteste Tochter und Erben Maria August Sehentmehr von Pirlac, den Sohn von einem Bauhaus und Seigeli-Besitzer. Nicht lang nach der Hochzeit übergab Johann Liebhardt die Immobilie in Eieng seiner Tochter und seinem Schweigersohn, die das Geschäft weitergeben. Leider starb Johann Liebhardt bald die Nacht im Jahr 1910. Der Ausbruch des Ersten Weltkrieges brachte Schwerseiten für die Familie. Mit dem Ende des Krieges 1908 konnte August Sehentmehr zu seinem Heim zurückkehren. Nach dem Krieg waren Umstände hart. Landwirte haben Schwierigkeit dieser Verletzung, die Brewery, gehabt, weil sie Gerste oder Sprünge nicht erhalten konnten. Umstände haben sich für die Familie Liebhardt verschlechtert, als der Jackelhaus niederbrannte. August und Maria Sehentmehr haben den Brauerie-Gasthof ein auf seinem alten Ort gebaut, der 1923 verlendet wurde. 1926 wurde der Abfuhr und Waschenlang in der Brauerie gebraucht. Flaschenbier war wirklich beliebt. Der erste Lastwagen für Biertransport wurde im Jahr 1927 gekauft. Dies hat es möglich gemacht, Bier über längte Entfernungen zu transportieren ohne die Qualität des Bieres zu verschlechtern. Beirische Heißel war die erste Neipe in München gekauft bei Einganger. Sie sind immer noch von Kunden sehr geschätzt. August sehentmehr starb plötzlich am 5. März 1936 auch ohne eine Mannlichen Erben. Dr. Maria Cresserns und ihr Mann Franz Inselkammer erbten die Brauerie. Franz erarbeitet sehr hart für die Brauerie. Seitens waren schlecht während des Seitenwettkrieges. Einganger war mit wirtschaftlichen Schwierigkeiten. Einganger konnte nicht sein Bier aus Mangel an Geld und Infrastruktur abfertigen. Im Jahr 1953, Franz Inselkammer kaufte das Platzhotel in München. Das Platzhotel hat Einganger auf die Karte als Bauerie gebracht. Die Firma wurde eine festgroße in München. In den letzten 50 Jahren ist Einganger immer populärer geworden. Sie ist auf Platz 50 in der Münchner Brauerie konkurrierend. Sie ist auch meine Lieblingsbräuerie. Amen. Sekunde, Sie sind gerade bei 5000 Minuten. 10 Minuten. Mit 20 Minuten.